Die Ernst-Moritz-Ahn-Straße ist auch eine sehr spezielle Straße. Wir haben da mehrfach rechts vor links, so wie hier, mit sehr, sehr schlechter Sicht. Also unbedingt den ersten Gang nehmen, langsam ranpirschen und die rechte Seite beobachten. Wunderschön, der Vorführeffekt. Wir kommen hier lang und direkt mehrere Autos kommen aus rechts, aus der rechten Straße. Die Vorfahrt berechtigt. Ja, hier nach dem Transporter zum Beispiel, können wir erkennen, da ist schon die nächste rechts vor links Ecke. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den ersten Gang nehmen und direkt nach dem Transporter rechts rüber auf unsere Spur, dass wenn rechts ein Fahrzeug kommt, dass wir ihm dann auch Vorfahrt gewähren können. Dass wir nicht mitten auf der Straße stehen und er also überhaupt nicht ablegen kann. In dem Falle hier sehen wir, Gegenverkehr kommt, wir sind wartepflichtig. Da kommt schon der nächste Gegenverkehr, auch den warten wir nochmal ab. Dann haben wir hier wieder eine rechts vor links Situation, die auch sehr, sehr schwer einzusehen ist, durch die geparkten Autos immer. Also auch hier sehr vorsichtig und immer bremsbereit sein. Füße vor Koppelung. Füße vor Koppelung.